Erhält Kim Virginia nach Prominent Getrennt Rauswurf Gage? Kim Virginia Hortung, 28, wurde in der aktuellen Staffel von Prominent Getrennt handgreiflich. Aus diesem Grund musste die Reality-TV-Bekanntheit das Format nach nur drei Folgen vorzeitig verlassen. Auch ihr Ex-Emmanuel Weißenberger, 31, packte wegen des Ausrasters gezwungenermaßen seine Koffer. In einer Fragerunde auf Instagram wollen die User wissen, wie es mit der Bezahlung der beiden aussieht. Mir wurde zugetragen, dass nur ich die Gage bekommen habe, enthüllt der ehemalige die Bach-Illorette-Teilnehmer und merkt an, ob Kim etwas bekommen hat, weiß ich nicht, es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Bereits vor einigen Tagen machte Emmanuel deutlich, dass er nicht gut auf die einstige Dschungelkamp-Bewohnerin zu sprechen sei. Offenbar war der Ex-Flirt von Mike Heider, 31, während der Sendung auch auf ihn losgegangen. Auf der Social-Media-Plattform wetterte der 31-Jährige in der Kommentarspalte eines Beitrags der Show, warum wurde hier so viel nicht gezeigt. Wie zum Beispiel der Glaswurf von ihr, wo ich geblutet habe und eine Wunde davon getragen habe. Sie dann noch mit dem Dschungel zu belohnen, ist bodenlos. Neben ihrem ehemaligen Partner sind auch weitere Promis verärgert über Kims Verhalten. Es muss endlich Schluss sein, dass die Produktionen und Sender pausenlos solche Leute buchen. Sie überschreitet Grenzen und glaubt, dass sie ein Superstar ist. Aber solche Leute haben keinen Platz im Showbusiness verdient, wetterte unter anderem Julian Stöckel, 37, auf der Online-Plattform gegen die 28-Jährige. Außerdem forderten einige User, dass die Influencerin gecancelt werden solle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017